Hier stimmt die Stimme. Gemeinsam Start. Gemeinsam am Start. Natürlich bei der Athleten-Disco. Party pur. Hier schlägt das Herz nicht nur hoch, sondern auch laut. Auf der Bühne inklusive Rockband Handicap aus Thüringen und vor der Bühne jede Menge gute Laune. Also Spaß ist mehr Tanzen, Action und viel gute Laune verbrechen. Hier stimmt der Rhythmus, bei dem einfach jeder einfach jede mit muss. Tanzen ist für sie eine Herzensangelegenheit und damit feiert auch diese Sportart eine erfolgreiche Premiere bei den nationalen Winterspielen der Special Olympics. Erstmals hier in Thüringen dabei und gleich ein absolutes Highlight. Tanzen ist meine Familie und beim Tanzen ist es so, man hat die Ausstrahlung, man gewinnt Freude. Für richtig viel Freude sorgt Tobias Vincent aus Niedersachsen mit seiner Michael-Jackson-Performance. Dieser Auftritt ein einziger Gänsehaut-Moment und ohne Zweifel für alle, die dabei waren, unvergesslich. Hier stimmt die Unterstützung. Beim Stocksport geht es um Kraft, um Konzentration, um Präzision und um das unbeschreibliche Gefühl, das Glücksgefühl danach. Und es geht natürlich ums Gewinnen. Und das ist mitunter eine Frage von ganz wenigen Zentimetern. Am nächsten dran am Ziel, also an der Daube und damit am besten Bernhard Lamprecht mit seinem Team aus Österreich. Gemeinsam stark, gemeinsam am Ziel. Das ist ein Wahnsinn, dass wir es geschafft haben. Ein Wahnsinn, ein Wahnsinn und nochmal ein Wahnsinn. Wir sind ein Team! Hier stimmt die Gemeinschaft. Beim Floorball einer Mischung aus Hallenhockey und Eishockey schnell rasant. Mit einer Menge Action, mit vielen Toren und einer tollen Atmosphäre, die einfach keinen kalt ist. Hier stimmt die Einstellung. Sport für alle, gemeinsam stark. Das Motto der nationalen Winterspiele des Special Olympics, auch hier in Erfurt beim Short Track allgegenwärtig. Es ist so eine Freude für alle, die zuschauen und für alle, die dabei sind. So wie Durian Heter aus Bayern. Er applaudiert, er klatscht, er kann sein Glück kaum fassen. Solche 111 Meter sollten am besten nie zu Ende gehen. Hier stimmt einfach alles. Stimmung, Rhythmus, Unterstützung, Gemeinschaft, Einstellung und jetzt auch endlich das Wetter. Beim Schneeschuhlaufen in der Oberhofer Arena am Rennsteig scheint die Sonne und auch die Teilnehmer rennen und strahlen um die Wette. Bis zum Schluss dieses zweiten Wettkampftages bei den nationalen Winterspielen der Special Olympics in Thüringen. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss.